um aber wir haben uns wieder mit war sie am start da hinten ist andere ich werde ihn aber nicht abschießen natürlich weil wir gute kumpel sind sind der flieger mit einem der alt würden wir haben ihn erschießen wir sind professionell also zu wissen jetzt du musst jetzt annehmen so ich habe zwei schoß an jeder hat getroffen kannst du mir helfen das weiß ich gar nicht was warum da bist du fäck dich fäck dich fäck dich ich kann auch schießen ich seh dich nicht ich seh dich ich geh zu viel nehmen so such mich guck mal nicht guck mal nicht ja scheiße nein naja wenn ich noch 1zolli komplett nicht so viel ich glaube einfach sprinte los könnten wir dann eventuell eventuell also nein wo hier liegen ja einfach 20zollis schon am Boden ich liebe das wie es nacht ist das ist einfach schön so ich habe jetzt hier warst du hier schon ein Jahr ne Ja, ich habe jetzt hier ungefähr 15 Zombies getötet und ich höre immer auf so einen Ach so, ähm, ich habe die Kruger 22 Rifle und die Kruger 22 am Spike Bat und eine Wallsheet Barricade einfach mal mitgenommen Ich habe die Kruger 22 Rifle und die Kruger 22 komplett ohne Muni nochmal, äh, wollen wir uns dafür halbwegs entschuldigen, dass wir eine ganze Zeit lang einfach nichts mehr, äh, gezeigt haben also per Youtube und deswegen wollen wir das jetzt mal ein bisschen nachholen, indem wir einfach weitermachen Normal Ja Ist eigentlich scheißegal in welchem Turm oder ist es immer ein bestimmter? Nö Ist nicht ein bestimmter, überall Nie hier Kann ich dein Spicked Bat haben? Spike Bat Spike Bat Deine Sweat Curve Ich habe noch zwei Schuss für meine Primärwaffe Ich habe gerade ein 360 von einem Krankenwagen gemacht, äh, Roundshouse Kick Das musst du nur schaffen, am besten bei Karate Ne, ne? Okay, noch 3-6-D ins Gewicht Weil du Durst hast, ich habe EIN-Tarwasser Ja, ich habe EIN-Tarwasser Ja, ich zog wieder mit meinem Geld mal ohne Hobby, also meinem besten Charakter Ja, ich zog mit 3-2-1-1 Ich habe einfach alles abgeknallt, was hier war Einfach auf mich Einfach auf mich Nö, Wichser Wenn wir es hier nur scheiße Da ist Messer Die Waffe ist weg Das Messer, was hier lag Weg Einfach weg, guck mal Ja, Mann Ja, Mann Zwei Schuss aus So, ich Es ist einfach mal eine Scheiße hier, die Chips Was? Ups, das wollte keiner Gott sei Dank sind das Zunge, Mann So, ich bin echt gefickt Was? So, dass ich jetzt noch was trinken kann, na, so Nein, oh Gott Schade Du bist so ein dreckiger Wichser, Alter So, willst du mir? Ich komme, keine Angst Das mache ich jetzt, das ist ein Kampner Nein, mache ich nicht Scheiße, die hängen hier alle und da liegt Messer Ich könnte die alle abspechen Ich komme einfach rein und Baller Ah, 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 ah Aber ich processed Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Skill-Sachen hier einfach nur minimal sind Also, dass du den Kack gar nicht merkst. Oh, ich hab Zeit, Junge. Alles klar. Oh, wir sind immer mehr. Scheiße. Das ist der Nachteil, wenn man auf einem Server ist, wo irgendwie nur drei Leute drauf sind. Oder Waren, besser gesagt. Ich hab' Schiss. Deswegen mach' ich Köpf-Blinter nicht, weil das alle... Jeder Volley dort kennt den Scheiß. Und da wird 100 pro einer sein, der dich abknallt. So, jetzt hab' ich sie alle nochmal hergelockt, damit das hier ein bisschen ändert. Die kommen da jetzt nicht rauf, ne? Sie kriegen's nicht gebacken. So, und jetzt, falls alle Leute sich gewundert haben oder sich gefragt haben, wie das wohl ist, wenn ich hier runterspringe. Von der Brücke. Das ist einfach unglaublich, denn... So. Es geht nicht. Ey, komm her, hier Scheiß-Fiecher. Geil! Na, hast du ein Messer? Ich würd' aufrassen, sonst klettert der Herr wieder hoch. Ne, die kommen hier gar nicht auf. Er sitzt jetzt übrigens neben mir. So dass ich sein Scheiß-Gesicht ertragen kann. Halt die Fresse, ich hab' immer Zeit damit im Fick und den Ding gesetzt. Ich hab' aber gehört, das soll ein ganz cooler Typ sein. Ja, dann kennst du mich richtig. Guck mal, wo ich jetzt mal mache. Ich treff' alle. Wo? Ach du Scheiße. Er hatte einfach eine komplette Masse Vorsicht. Ich komm' durch! Wo bist du langgelaufen? Langgelaufen? Hinten, ne? Ich hab' nicht alle. Sind da Gegner? Sind da richtig viele Gegner? Ey. Ich hab' alle. Sind da viele Zombies? Hier ist keiner mehr. Gut. Die große! Wahrscheinlich killt der eine Scheiß-Zombie mich hier noch. Ja. Das sehe ich kommt. Die macht mir Windmühle auf dich. Windmühle lassen wir mal lieber. Ja! Jetzt hab' ich alle Drecksbiester. Hier liegt nämlich noch irgendwas. Ich bete, dass es was geht. Demnächst bin ich auch bei dir. Schocklipper! Wuhu! Wuhu! Ich zitter total. Mein kompletter Körper. Ich weiß nicht warum. Ja, bei mir ist nix los. Mir ist einfach nur kalt. Wir sind hier die totale Gaming Station. Wir haben einfach nur tausend von Elektrozeugs nebeneinander aufgestellt. Auf meinem Schreibtisch. Gardinen zugemacht. Es ist, ich glaub' 1 Uhr mittags oder so. Na. Na wie spät? Na. Ich mach' halt. Fünf nach halb was. Na, 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 na. Warte, sag' das noch mal. Wie spät? Wie spät? Tim, geh' nicht durch die Öffnung vorne. So hatte ich auch nicht vor. Weißt du was? Nein, mach das. Warum machst du das? Ach, du witzig anwarten, ne? So lang. Na, bei dir weiß man nie. Du willst manchmal so dumm. Jetzt geh' hier raus und stech' die Anna! Das sind wieder so viele. Guck mal. Guck mal, er dreht das Ding einfach. Ich hoffe, die schlagen jetzt nicht hier. Die schlagen nicht. Ha, geil. Guck, jetzt geht das wieder. Du denkst dir, ich hol mir XP, ne? Einige Hecken, ich mach' mittel. Hast du schon alle Türme abgeklappert oder warst du nur in einem Zelt? Hier waren 50 Zombies. Jetzt kannst du, äh, nur ich wollte das mal sagen, du kannst da lang, da ist kein einziger Zombie mehr, ne? Achja, achja, achja. Geld! Warte. Du brauchst mir nicht zu erzählen, dass hier keine sind. Übrigens, ich glaub' die, ähm, sterben nie wirklich. Weißt du, die tötest die? Du tötest die? Und, äh, wenn du dann in der Nähe von denen bist. Also paar Minuten später. Ähm, Tim? Bist du top? Ich tust mich. Ach du Scheiße! Bei dir sehen wir noch nicht mal mehr die Füße. Guck mal. Was müsst'n du hier? Äh, hast du Bandagen oder sowas? Das wäre cool. Nein, ich hab' ne Barrikade. Soll ich dir mein Zock aufgeben? Warte. Ich komme, wo wirst du? Na! Oh, hab' ich mich erschrocken! Durch was bist du denn bitte gestorben gerade? So, weißt du, gut. Ich hatte Angst. Oh, du hast mich erschrocken. Oh Gott. Ich hab' mich erschrocken. Ja, da liegt mein Zeug. Ich hab' noch müssen. Hm, ich töte ihn hier erstmal schnell. Ich hab' muss. Warte, ich hab' 321. Soll mich mit dem Typen gekippt. Wie viel hab' ich jetzt? Ich brauch' auch nur drei Hitz jetzt. Ähm, da liegt mein Messer dann. Da ist keiner mehr. Wenn dann höchstens einer. Du brauchst nicht kriechen. Warst du da? Ja. Du brauchst nicht. Doch, alter, ich hab' keinen Bock, dass hier mich gleich alle töten. Da war nur noch einer. Hier ist nichts vom zweiten Haus. Und ich hab' einen Helm dabei. Ja, ja, aber einer kann dazu führen, dass dann gleich fünf weitere kommen. Ah, du bist auch blind, ne? 34. Weißt du, was das ist? Ah, du bist klar. Ja. Ja.